Das neue BMW Maps Navigationssystem mit Software von Juli 2020 oder Neujahr macht die Zieleingabe einfacher und angenehmer. Außerdem bietet es verlässlichere und aktuellere Reiseinformationen. Die Zieleingabe-Funktion in BMW Maps bietet einen klaren Überblick durch eine vereinfachte Menüstruktur. Um ein Ziel in BMW Maps einzugeben, wählen Sie Nav, Suche und geben Sie die vollständige Adresse inklusive Straße und Hausnummer in die einzelne Suchzeile ein. Für eine noch schnellere Adresseingabe verwenden Sie die Schnellsuche, indem Sie die Leertaste drücken, wenn kein anderes wahrscheinliches Ziel vorgeschlagen wird. Sie können auch Schlüsselbegriffe wie Namen von Sonderzielen oder Kategorien wie Geschäfte eingeben. Bei Eingabe der ersten Zeichen schlägt BMW Maps wahrscheinliche Ziele vor. Wählen Sie ein Ziel und dann Zielführung starten, um zu Ihrem Ziel geleitet zu werden. Im Menü Meine Ziele finden Sie letzte Ziele, Favoriten sowie Reisen, sortiert nach Relevanz. Die wahrscheinlichsten Ziele bezüglich Ihrer Suchhistorie und der Entfernung zum Fahrzeug werden als erstes gelistet. Sie können die Liste filtern, um nur letzte Ziele oder favorisierte Ziele anzuzeigen. Wählen Sie Heimatadresse festlegen oder Geschäftsadresse festlegen, geben Sie Ihre häufig verwendete Arbeits- oder Heimatadresse ein und speichern Sie sie, um diese Ziele in Zukunft schnell und einfach auszuwählen. Wenn Sie eine Zielführung gestartet haben, zeigt Ihnen BMW Maps die geschätzte Ankunftszeit an, basierend auf Vorausberechnungen der Verkehrssituation auf Ihrer ausgewählten Route. Die Verkehrsdaten für BMW Maps werden laufend aktualisiert, um eine genauere Anzeige von Verzögerungen und eine aktuelle geschätzte Ankunftszeit zu ermöglichen. Sehen Sie sich weitere How-To-Videos an, um alle Vorzüge Ihres BMWs kennenzulernen. Vielen Dank.